Man hört Frank Kahnig jetzt. Alles klar, gut. Ja, es gab hier noch ein paar Technikproblemchen, wie in der Regel immer bei sowas Livestream-mäßigem. Ja, erstmal herzlich willkommen zum Livestream heute am 15.11. um 18.30 Uhr. Meinen Gast muss man, glaube ich, nicht vorstellen, lieber Frank. Ich begrüße dich heute Abend und ich freue mich, dass du Zeit hast, heute mal hier über Parteienpolitik zu sprechen. Ja, sehr gerne. Ich bin ja gerne bei dir zu Gast. Du warst ja schon, ich glaube, schon mindestens zweimal bei mir. Und es gibt so, ich sage mal, zwei, drei Aktivisten, bei denen man sich freut und auch nicht Nein sagt. Und du gehörst natürlich dazu. Ja, das freut mich. Genau. Letztes Mal war ich, glaube ich, bei deinem 24-Stunden-Podcast, den du hoffentlich gut überstanden hast, wie man sieht. Den habe ich gut überstanden. Der ist ja jetzt auch relativ genau ein Jahr her. Am 21. November war das. Ach, dann herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, also ist jetzt wieder am 21. November, habe ich ja Geburtstag. Und der ist jetzt relativ genau ein Jahr her. Aber das war schon anstrengend, muss ich schon sagen. Also das war nicht ohne. Ja, wir haben ja das Thema. Ist Wagenknecht eine Alternative zum System, eine Alternative zur AfD? Ich habe schon den ersten kritischen Kommentar gelesen, wie man die denn als Alternative sehen kann. Ja, es geht ja nicht darum, ob wir sie so sehen, sondern wie sie sich selber präsentiert und wahrgenommen wird. Wie oder was hältst du denn von der Frau Wagenknecht als Person? Ja, schwierige Frage. Also ich halte sie durchaus für weitestgehend authentisch. Sie macht ja auch keine großartigen Geheimnisse um das, was sie eigentlich will. Natürlich, sie ist Politikerin, sie kann gut kommunizieren. Sie ist außerordentlich intelligent und kann die Dinge, von denen sie weiß, dass sie im Publikum nicht allzu gut ankommen könnten, natürlich gut kaschieren. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie das mit der Partei wagt, weil das ein großes Wagnis ist. Wir wissen das aus der Vergangenheit, aus anderen Projekten, dass diese Abspaltung, diese Neugründung in aller Regel in die Hose gehen. Und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass sie ihre Machtbasis, die sie durchaus hat, versucht zu behalten. Jetzt was Neues zu gründen. Die Linke ist ja sozusagen jetzt mehr oder weniger in Auflösung begriffen. Das heißt, dieser Rückzugsort ist dann definitiv weg. Dieser Pfeiler für sie, der ist weg, diese Bühne. Und jetzt muss die neue Bühne entweder funktionieren oder sie ist auch weg. Das muss ihr klar sein. Und das hätte ich ihr nicht zugetraut, dass sie dieses Wagnis eingeht. Ja, ich hatte auch schon öfter mal gesagt, dass sie mir als Person eigentlich gar nicht unsympathisch ist. Sie sagt auch Dinge, die ich unterschreiben könnte. Aber wie das so ist bei Linken, die eigentlich vernünftig denken, dass meistens dann die Lösungsansätze meiner Meinung nach in die falsche Richtung gehen. Gregor Gysi sagt ja auch manchmal richtige Dinge. Er hat ja auch schon öfter mal die fehlende Souveränität angesprochen. Nur was hat er denn im Bundestag getan, dass wir souverän werden konnten? Ja, also das ist dann immer so eine Sache, was denn daraus quasi jetzt gemacht wird. Dann ist dann wieder so, ja, dass das Reden und das Handeln dann auf zwei unterschiedlichen Gleisen stattfindet. Ja, ich glaube schon, dass diese Leute aus ihrer Sicht stringent handeln. Sie haben halt eine andere Weltanschauung, ein anderes Menschenbild. Wir sprechen ja immer vom lebensrichtigen Menschenbild. Das heißt, dass man den Menschen und die Welt versucht zumindest. Das ist der Anspruch, so zu sehen, wie die Welt und wie der Mensch real ist, mit allen positiven und negativen Merkmalen und dann darauf aufbauend Politik gestaltet. Weil das meiner Ansicht nach oder der Ansicht der Rechten nach wohl die Herangehensweise ist, die am vielversprechendsten ist. Weil es nutzt ja nichts, wenn man es so macht wie die meisten Linken Phantasten, wie die Ideologen, die sich eine, ich sag mal, eine irreale Welt zusammenzimmern auf dem Papier und dann versuchen, den Menschen reinzudrücken, wie mit Gender und all diesem Quatsch. Und dann versuchen, so zu tun, als seien alle so. Und nicht anerkennen, dass das minimalste Ausnahmen sind. Und in deren Weltsicht, in deren Vorstellung funktioniert die Welt, glaube ich, auch einfach etwas anders. Und ich glaube nicht, dass sie aus ihrer Sicht nicht stringent handeln, sondern sie erkennen Probleme, teilweise genauso wie wir sie auch erkennen. Aber die Lösungsansätze, wie du richtig gesagt hast, sind dann eben anders, weil die Ursache für sie eine andere ist. Ja, wie du schon sagst mit den Menschen, also ich sag immer so Copy und Paste. Die nehmen sich einen Idealtypus und sagen, so können ja alle sein. So Thema Einwanderung, ja hier, der Migrant, der hat es geschafft. Alle anderen werden komischerweise irgendwie durch strukturellen Rassismus unten gehalten. Da frage ich mich aber, wie hat es denn der eine geschafft und warum hatte der nicht mit strukturellem Rassismus zu tun, wenn Rassismus denn strukturell ist. Und das ist halt eben so die Natur des Menschen. Überall gibt es natürlich solche und solche, das ist logisch. Aber es gibt ja auch verschiedene Ebenen, auf denen man das untersuchen kann. Ja, da gibt es eine kulturelle Ebene, die halt eben ganz klar prägend von Werten, von Verständnissen ist. Und dann gibt es natürlich noch persönliche Ebenen, wo ich dann eben sagen kann, ja gut, ich verlasse jetzt mal die Meta-Ebene und sage, gut, der Migrant, der ist für mich persönlich auf der Ebene in Ordnung. Ja, mit dem kann ich mich austauschen. Jetzt kann ich mir aber nicht, so wie ich das mit Nana Domena gemacht habe, jetzt kann ich aber nicht Nana nehmen und dann einfach STRG-C, STRG-V tausendmal kopieren und sagen, ey, jetzt ist die Welt in Ordnung, alle können so sein wie Nana. Das ist natürlich Unsinn. Ja. Ja, das ist auch, glaube ich, der Punkt, an der das Verständnis für das abgeht, was wir, ich nenne den Begriff mal, als Volksgemeinschaft bezeichnen. Wo es uns darum geht, dass, also wo es, oder sagen wir mal andersrum, wo es uns nicht um Gleichmacherei geht, wo wir nicht sagen, jeder Mensch muss die Variable X erfüllen, sondern jeder muss so und so viel leisten, aber in Relation zu dem, was er leisten kann. Ja, also nicht jeder muss die 100 Prozent von Person X leisten, sondern jeder muss 100 Prozent dessen leisten, was er persönlich zu leisten imstande ist. Und das ist das, worauf es ankommt. Und an der Stelle gehen wir, glaube ich, auch, also wir Rechte und Linke gehen an der Stelle, glaube ich, schon sehr weit auseinander. Ja, jetzt hat Sarah Wagenknecht ja den Verein quasi in eine Partei umgemünzt. Und jetzt haben wir eine Partei mehr. Denkst du denn, das geht so in Richtung Weimarer Verhältnisse, dass man irgendwann zig Kleinstparteien hat, alles unregierbar wird und dann, ja, dafür gab es ja damals dann die 5-Prozent-Hürde, dass eben nicht jeder irgendwo seinen Senf dazugeben kann. Oder was denkst du? Ja, das ist so ein bisschen meine Prognose. Und das ist auch, ich sage mal, schon mal etwas vorab, der einzige Punkt, der mir bislang positiv an der ganzen Sache aufstößt. So war es ja tatsächlich, du hast es ja richtig gesagt, in der Weimarer Republik war der Zerfall der Regierung und des Weimarer Systems maßgeblich dadurch geprägt, dass die Regierung nicht mehr handlungsfähig war, weil es zum Ende hin immer öfter sogenannte negative Mehrheiten gab. Das heißt, die Kommunisten und die Nationalsozialisten haben in den Parlamenten einfach alles blockiert mit ihrer Mehrheit und die Regierung konnte einfach nicht mehr. Und das drückt sich dann natürlich auch in allem aus, in der politischen Sphäre. Und das könnte durchaus zumindest auch in Mitteldeutschland passieren, wenn wir dort eine starke AfD haben, die sich ja teilweise um beziehungsweise plus 30 Prozent bewegt. Gut, die werden jetzt natürlich durch die Wagenknecht-Parteien ein bisschen was abgeben müssen, aber dafür mobilisiert die Wagenknecht ja auch wieder Leute, die nicht AfD wählen würden, vielleicht auch wieder Nichtwähler. Und dann kommen wir sehr schnell in diese Bereiche von 40 plus Prozent, wo sich diese negative Mehrheit wieder bemerkbar machen könnte und Regierungen dann schlicht nicht mehr handlungsfähig sind. Gut, man kann natürlich Minderheitenregierungen akzeptieren und ähnliches, aber das ist ja auch nur ein, 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 das wird ja, genau, das wird ja alles instabil, ja. Und der Wähler merkt das, die Menschen merken das und das ist für die Regierung, so oder so wird es immer stärker zu einem Bild der Schwäche. Ja, es könnte natürlich auch sein, ich blende das gerade mal ein, Linksfraktion im Bundestag will sich auflösen. Da ist natürlich die Frage, hat dieses Bündnis Sarah Wagenknecht das Potenzial, quasi die Links oder die Linke quasi, ja, zu ersetzen? Ja, klar, die Linke wird sich natürlich jetzt nicht kampflos aufgeben, aber hier steht es ja auch schon, ja gut, damit verlieren 100 Mitarbeiter der Fraktion ihren Job, tut mir natürlich furchtbar leid, die müssen sich jetzt ehrliche Arbeit suchen. Aber, ja, Bartsch sagt schon, Linksfraktion politisch am Ende, Linke in Sachsen, Anhalt bedauert aus der Bundestagsfraktion ohne Wagenknecht nicht zu wenig linke Vertreter im Bundestag. Glaubst du, dass das sein könnte, dass quasi die Bündnis Sarah Wagenknecht, dass die komplett die Linke schlucken könnte oder verdrängen könnte? Na, das glaube ich nicht, weil es da zu, bei der Linken noch zu viele gibt, die die Wagenknecht überhaupt nicht wollen und das auch nicht gut finden, was sie da gemacht hat. Soweit ich das jetzt verstanden hatte, waren das ja von, ich glaube, 38 Abgeordneten, jetzt 28, die erstmal nicht wechseln wollen und die Auflösung soll ja, glaube ich, am 6. Dezember stattfinden. Dazu ist sie angesetzt und dann soll es wohl darum gehen, sagt Bartsch, dass die übrig gebliebenen eine Gruppe bilden, weil er sagt, also besser eine Gruppe von Leuten, die einer Meinung sind als eine Fraktion, in der es ständig nur Streit gibt. Was jetzt wirklich die Intention ist, gut, das kann man nur spekulieren. Wagenknecht hatte ja gesagt, dass sie erstmal in der Fraktion bleiben wollen, auch wegen der Mitarbeiter, dass die also weiterhin von der Fraktion profitieren können. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt so eine Art Retourkutsche ist. Ich glaube aber nicht, dass sie die Fraktion komplett ersetzen kann. Dazu fehlt ihr bundesweit, glaube ich, schon die Stärke. Dazu müsste sie ja quasi das, was die Linke bundesweit hatte, jetzt komplett kompensieren. Das sehe ich im Moment nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie in Mitteldeutschland auch zulegen kann, etwas mehr bekommen kann als die Linke. Aber bundesweit sehe ich das eher nicht. Ja, und da ist ein kurzer Hinweis an die Zuschauer. Ihr könnt natürlich auch gerne Anregungen im Chat schreiben. Ich sehe schon, ihr schreibt da fleißig mit. Ich würde sagen, nachher können wir uns ja ein bisschen Zeit nehmen und mal die Kommentare durchforsten. Und da sagst du schon was, wenn ihr Mitteldeutschland zulegt. Oder erst mal, ich hatte ja eine Umfrage bei mir im Telegram-Kanal mal gemacht. Die blende ich gerade mal ein. Sarah Wagenknecht hat ihre eigene Partei gegründet und geht mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit an den Staat. Wie denkst du, wirkt sich diese neue Partei auf das Parteiengefüge aus? So, einmal finde ich gut und förderlich, da mehr Parteienvielfalt, sagen 2%. 3% sagt, wird die Wahlbeteiligung deutlich erhöhen. 40% sagen, Stimmen gehen der AfD verloren. 17% hat keinen Einfluss auf rechte Parteien, da nur enttäuschte Wähler von Linke, SPD, angesprochen werden. 33% sagen, politischer Stillstand und Weimarisierung, da Stimmen auf immer mehr Parteien verteilt werden. Sagt ein gutes Drittel. 46% eh nur eine weiter kontrollierte Opposition, das sind die meisten. 0% würde ich bei der nächsten Wahl wählen. Und 7% wer ist Sarah Wagenknecht? Ja, abgestimmt haben immerhin 1847 Leute. Ja, ich denke mal der Trend, ja, also wir haben zwei Favoriten. Die einen sagen, kontrollierte Opposition, gut, das ist aber anscheinend irgendwie alles. Und 40% sagen oder befürchten Stimmen gehen der AfD verloren. Und was würdest du denn, oder was ist deine Prognose? Ja, also die AfD wird natürlich Stimmen an die Wagenknecht verlieren. Dazu gibt es ja auch schon diverse Umfragen, die das aber sehr unterschiedlich gewichten. Sie wird Stimmen an die Wagenknecht-Partei verlieren. Aber offenbar wird sie schon deutlich mehr Stimmen von der Linken, von den Grünen und von der SPD akquirieren können. Und aber auch, und ich habe jetzt nicht mehr genau die Zahl im Kopf aus der Umfrage, aber sie wird auch Nichtwähler mobilisieren können. Die insbesondere in Mitteldeutschland, in der jetzigen Linken, keine Perspektive mehr gesehen haben. Auch insbesondere, weil nicht mehr klar war, was jetzt eigentlich der Kurs dieser Linken ist. Und Wagenknecht da schon noch ein entsprechendes Anziehungspotenzial hat. Ich habe mal hier was rausgesucht und zwar sagt der Tagesspiegel, auf Anhieb fünf stärkste Kraft, neue Wagenknecht-Partei käme derzeit auf zwölf Prozent. Also diese Prognose ist jetzt vom 23.10., also drei Wochen alt. Das ist schon ordentlich, ja, den habe ich auch gelesen, ja. So steht da noch irgendwas Interessantes. Wir haben uns, ja genau, warum gründet sie ihre eigene Partei? Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt sind, so wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen. Da kommen wir nachher auch nochmal zu. Ich habe mir da noch ein paar Sachen mal rausgeholt. Also Anfang 2024 soll sie gegründet werden. Ich dachte, das wäre jetzt schon. Oder ist das immer noch als Verein? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich meine, ich habe gelesen, dass die sich jetzt schon umformiert haben. Ja, der Meinung war ich auch. Auch hier interessant. Laut einer Insa-Umfrage für die BILD käme eine Wagenknecht-Partei auf zwölf Prozent. 2004 Menschen nahmen an der Sonntagsumfrage teil. Ja gut, wer weiß, wo sie gefragt haben. Die Grünen lägen in der Umfrage bei zwölf Komma fünf Prozent. Das sind ganz klar zwölf Komma fünf Prozent zu viel. CDU, CSU kämen auf 26,5. AfD bei 18 Prozent, SPD auf 15,5, FDP auf 5,5. Die Linke würde mit vier Prozent den Einzug verpassen. Ja, dann hätten wir ja quasi diese Geschichte. Ja, wenn die Linke jetzt erstmal einen richtigen Dämpfer bekommt und den hat sie jetzt eigentlich mit der Auflösung der Fraktion im Bundestag, wird die, die ist ja in etlichen Bundesländern, ist sie ja immer so irgendwie um die fünf. Und mit der Wagenknecht-Partei werden die fast überall rausfliegen, wenn nicht sogar überall. Eigentlich denke ich, die werden überall, werden die rausfliegen. Und dann ist die weg. Dann ist das eine Kleinstpartei. Also ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber dann ist die Linke jetzt auch eine Kleinstpartei und dann sind die weg vom Fenster. Ja. Das war es dann. Du bist ja auch im Saarland wie Wagenknecht und Lafontaine, aber da war die Linke immer sehr stark wegen der Personalien. Ja, im Saarland war die Linke stark wegen Lafontaine, der ja auch einen aus Sicht der Linken etwas unrühmlichen Abgang hingelegt hat und auch die Linksfraktion schon auch noch etwas beschimpft hat, sagen wir es mal so. Und das ist im Grunde das gleiche Phänomen auf Landesebene, wie es das jetzt mit Wagenknecht auf der Bundesebene ist. Es gibt ein, zwei Zugpferde. Giese ist natürlich auch noch so ein Typus, von dem man aber ja nicht mehr allzu viel hört. Es wird auch damit zu tun haben, dass Wagenknecht jetzt in den letzten Jahren im Fokus stand. Aber im Saarland war es genau das Gleiche. Niemand kennt irgendjemanden von der Linkspartei außer Lafontaine. Und mit dem Weggang von Lafontaine war die Linke im Saarland-Geschichte. Wir sind dann rausgeflogen und dann war es das. Und über die Linke spricht hier auch im Saarland keiner mehr. Und quasi die kommen im politischen Geschehen eigentlich nicht vor. Nee, überhaupt nicht. Wie ist das geprägt jetzt bei euch? Ist das dann eher SPD-lastig oder wie stehen die Grünen da? Ja, Grün so mittelmäßig. Wir haben jetzt eine SPD-Regierung. Wir hatten vorher CDU. Wir hatten lange CDU-Regierung. Und jetzt nach dem, wie hieß der denn noch? Jetzt habe ich den Namen des letzten Ministerpräsidenten schon vergessen. So ein junger CDUler. Komme ich jetzt nicht mehr drauf. Danach ist ja die SPD ans Ruder gekommen. Und die haben da auch einiges mit abgesaugt jetzt von den Linken. Oder die sind halt ins Nichtwählermilieu gegangen. Aber die werden da auch nicht mehr hochkommen. Also das Ding für die Linke im Saarland ist durch. Das war ja so ein bisschen der Leuchtturm in Westdeutsch oder sagen wir mal in Südwestdeutschland für die Linke mit Lafontaine. Aber das Ding ist durch. Hans, genau. Es schreibt gerade jemand in den Chat. Genau, Hans heißt der ehemalige Ministerpräsident. Das war aber nicht Hans im Glück. Nee, Tobias Hans. Ja, das Interessante ist ja auch, dass Sarah Wagenknecht, die will ja nach der Partei, die nach ihr benannt wurde, nicht den Vorsitz übernehmen. Das blende ich gerade mal ein. Ja, hier steht es, das ist von Stern vom 11.11. Karneval. Obwohl die zukünftige Partei BSW Bündnis Sarah Wagenknecht nach ihr selbst benannt ist, will sie aktuell parteilose Politikerin bleiben. Offenbar, also will die aktuell parteilose Politikerin offenbar nicht die Parteivorsitzende werden. Dafür hat sie eine andere Person im Blick. Ja, sie sagt, sie habe hier nicht den Anspruch, jetzt alles in dieser Partei zu machen und zu richten, sagte Wagenknecht. Markus Feldkirchen trifft Sarah Wagenknecht. Ah ja, genau. Sie geht davon aus, dass sie in Parteivorsitz jemand anderes macht. Und wen hat sie da im Blick? Amira Mohamed Ali nicht zu verwechseln mit Kasius Clay, der Boxer. Aber zu der Dame komme ich später noch. Da habe ich mir nämlich auch noch was rausgesucht. Ja, also möchte Sarah Wagenknecht eher so, sagen wir mal, die Rosinen sich rauspicken. Du kennst das ja selber, als Parteivorsitzender hat man ja eine Menge Stress um die Ohren, könnte ich mir vorstellen. Ja, so sehe ich das auch. Also es gibt auch ein, zwei Stimmen aus, ich sage mal, dem etwas interneren Kreis, die das hier und da schon haben erkennen lassen. Ich gehe einfach davon aus, sie will sich organisatorische Fehltritte, die entstehen könnten. So eine Neugründung ist ja immer auch etwas mit Unwägbarkeiten verbunden. Die will sie sich einfach nicht namentlich anhängen lassen. Das bindet sie jetzt halt jemand anderes auf, der diesen ganzen organisationsparteipolitischen Kram übernimmt. Ich glaube auch, dafür ist sie einfach nicht die richtige Person. Ich muss offen sagen, ich bin auch nicht der geborene Parteipolitiker. Mir geht auch nicht das Herz auf, wenn ich zu irgendwelchen Parteitagen fahren muss oder Sitzungen machen darf und diesen ganzen Kram, der damit verbunden ist. Das ist also kein Herzensanliegen von mir. Ich könnte darauf gut verzichten. Man wird sie einfach nehmen, um das strahlende neue soziale Gerechtigkeitsgesicht für die Kameras zu sein. Und ich sage mal, das, was an Fehlern und Mängeln und Makeln jetzt aufkommen kann im Zuge dieser Gründung und der Entstehungsphase, das wird sie einfach abschieben in die Partei. Und so werden die das verkaufen. Sodass an ihr als Person möglichst wenig kleben bleibt. Das wird der Hintergedanke sein. Und dann hat sie quasi so die Aufgabe der Galleonsfigur, die man quasi voranträgt, so als Sympathiefaktor könnte ich mir vorstellen. Ja, genau. So sehe ich das. Also es wäre meine Einschätzung. So eine Art Influencerin. Ganz genau. Im Grunde ist das ja keine schlechte Idee. Im Grunde ist das... Eigentlich ist das in normalen Parteien ja auch zumindest, sage ich mal, intern so. Intern ist es ja normalerweise in den Parteien so, dass so etwas die Aufgabe, also in den allermeisten Fällen des Generalsekretärs ist, der der Buhmann intern ist, der auch durch die Verbände fährt und die Kritik einsammelt, sodass der Parteivorsitzende weitestgehend frei von diesen Geschichten ist. Aber trotzdem hat der Parteivorsitzende ja noch organisatorische Aufgaben, Sitzungsleitungen und all diesen Kram. Und er ist natürlich der Verantwortliche nach außen hin. Er ist der Verantwortungsträger. Er ist derjenige, der Rechenschaft abzulegen hat für all das, was in der Partei gut, aber eben auch nicht gut läuft. Und all das hat sie jetzt von der Backe. All das tangiert sie jetzt nicht. Das kann sie abschieben. Und alles, was sie zu tun hat, ist das, was sie ja ohnehin gut kann. Sich vor die Kameras stellen, winken und erzählen, wie jetzt alle glücklich und reich in Deutschland werden. Das Poster-Girr sozusagen. Ja, ganz genau. Ja, dann ist er, die Kernfrage, die wir haben, ist ja, Alternative oder nicht. Also ich denke mal, wir wissen, ist es nicht. Ja, aber trotzdem können wir uns ja mal anschauen, was denn dort für ein Umfeld herrscht. Verzeihung. Ich habe hier mal einer der, der, ja, ich suche es gerade mal raus, Christian Laie, seit 2021, Mitglied des Bundestags. Ich suche mal gerade das Bild von ihm. Da ist er. Wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke, Sprecher der Landesgruppe NRW. Ja, gut, jetzt halt eben nicht mehr. Und da fand ich ganz interessant, das ist vom 21. Oktober 2021, so die, die Verbindungen, Antifascene, Linksextreme. und hier fragt zum Beispiel Zeit Online, politische Gegner rügen an ihrer Partei oft die fehlende Abgrenzung von linken Gruppen, die bereits ins Visier der Justiz oder des Verfassungsschutzes gerieten oder Gewalt nicht konsequent ablehnen, wie etwa die Antifa. Wo stehen sie da und wie bewerten sie das? Und da sagt er, Antifaschismus sollte zum Grundkonsens aller Abgeordneten gehören. Das Teile meiner Partei vom Verfassungsschutz beobachtet werden, ist absurd. Die Parteimitglieder, die ich kenne, entfalten keine staatsumstürzlerische Aktivitäten. Na gut, bei so einem Staat brauchen die das auch nicht. Dass man konsequent für eine Welt in Frieden und ohne Ausbeutung und Umweltzerstörung eintritt, ist doch kein Grund für eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Na gut, ich denke mal, es geht doch nicht darum um Umweltzerstörung, sondern um Gewalt gegen den politischen Gegner. Das ist auch noch ganz witzig. Die nächste Frage. Glauben Sie, dass hinter der Beobachtung eine politische Agenda des Verfassungsschutzes steht? Ja, jetzt können wir beide mal lachen. Der Verfassungsschutz schaut in Deutschland traditionell eher nach links als nach rechts. Das ist auch geschichtlich bedingt und das ist politisch falsch. Links wird penibel beobachtet, auf der anderen Seite ziehen Rechtsterroristen jahrelang unbeobachtet durch Deutschland und Akten werden geschreddert. Wie wir beim NSU gesehen haben, da fasst man sich an den Kopf. Ja, ich fasse mich auch an den Kopf, denn der Verfassungsschutz schreddert ja nicht die Akten, um irgendwelche rechten Terroristen zu schützen, sondern um zu vertuschen, was da die eigene Rolle, die da gespielt wurde. Ja, genau. Und vor allem, man braucht ja nur solche Stichworte wie Hammerbande und so in den Raum zu werfen. Linker Terrorismus, ja, also Gutmannshausen und was abgebrannt ist und zertrümmerte Fußgelenke, Knie, Schultern, Köpfe teilweise. Also das ist natürlich Unfug. Dass er hier so einen Dummfug erzählen muss, klar, aus seiner Sicht in Ordnung, aber der Verfassungsschutz, das hast du schon richtig gesagt, der vertuscht in aller Regel eben nicht rechten Terrorismus, im Übrigen auch nicht immer Linken, sondern der vertuscht erst mal seine Beteiligung an all dem Geschehen. Das muss man auch immer wieder erwähnen. Das sollte man regelmäßig tun, dass der Verfassungsschutz keine unabhängige Behörde ist, sondern in der Befehlsgewalt des jeweiligen Innenministeriums und der jeweiligen Parteibuchträger ist. Genau. Und damit natürlich auch ein parteipolitisches Instrument. Ja, ich bin gerade am gucken, aber ich habe es gerade nicht hier. Das Buch, was jetzt im Herbst kommen soll, zum Thema Solingen. Es sind ja die mutmaßlichen Täter, ich glaube, die sind jetzt alle rausgekommen, nach, wann war das? 93, glaube ich. Also nach 20 Jahren, 30 Jahren, nach 30 Jahren und die sagen oder beharren darauf, sie waren es nicht gewesen und das ist in diesem Buch so eine Sammlung von zeitgenössischen Zeitungsartikeln und ganz am Anfang hat sogar die Tagespresse geschrieben mit Zitat von leitenden Ermittlern. Das ist ein Indizienprozess, die Jungs sind morgen wieder frei. Und dann hat man nach und nach kritische Beamte enthoben. Selbst Kanter hat sich persönlich dafür eingesetzt. Es gab widersprüchliche Zeugenaussagen. Dann hieß es, die hätten an der Tankstelle Benzin gekauft. Um die Uhrzeit gibt es aber keinen Beleg in der Kasse, dass da Benzin gekauft wurde. Dann hat man festgestellt, dass irgend so ein Terpentin, glaube ich, verwendet wurde als Brandbeschleuniger. Also vorne und hinten hat gar nichts gepasst. Und genauso wie das Haus, was abgebrannt ist, wo die türkischen Bewohner dort gestorben sind, das wurde nullkommanichts, wurde das abgerissen. Da kann man auch dann Sachverständigen, im Moment, was machen sie hier? Wir reisen ja ab im Moment. Wir müssen noch hier Spuren sichern. Alles egal. Also auch wieder ganz kurios alles. Und da erinnern wir uns ja noch, der Herr Schmidt von der Kampfsportschule, der da Jungs aufgehetzt hat, das war auch ein Verfassungsschutzagent. Also da sind wir uns einig, wenn der Verfassungsschutz irgendetwas vertuschen will, dann die eigene Beteiligung an gewissen Straftaten. Und es ist mit Sicherheit, jeder politische Aktivist kennt das, Ärger durch den Verfassungsschutz. Der kommt dann mal, gerade bei jungen Aktivisten, bei der Arbeit vorbei, wo sie in der Lehre sind, sprechen mal den Chef drauf an, wissen sie, wer das hier ist. Und an Quatschversuche, also ich wage mal zu bezweifeln, dass Linksextremisten derart Probleme haben. Die kriegen sogar Unisäle zur Verfügung, um da ihre Hetze zu verbreiten. Das sollten wir uns mal leisten können. Ja, so sehe ich das auch, ja. Und was in dem Zusammenhang interessant ist, ist ja, dass viele um Wagenknecht herum und sie selbst ja auch nach wie vor auch Antifa-Gruppen unterstützt. Man kann jetzt natürlich sagen, na gut, so wie er es formuliert, Antifaschismus, könnte man noch sagen, in Ordnung, das ist halt die andere Feldpostnummer, das sind halt die Linken, die jetzt gegen Antifaschismus sind oder die gegen, was weiß ich, Faschismus im Allgemeinen sind. Aber hier geht es ja nicht um, ich sag mal, allgemeinen Antifaschismus, sondern hier geht es ja explizit um die Unterstützung von Antifa-Gruppen. Das heißt wirklich um linke, linksextreme oder tatsächlich sogar linksterroristische Gruppen, wovon Wagenknecht selbst angibt, dass sie Teile davon finanziell unterstützt. Das kann man ja auf ihrer Seite nachlesen, wo sie angibt, wohin, also wo sie Nebentätigkeiten hat und so gibt es ja, du blättest es gerade ein. Da steht das ja. Und ja, da muss man sich natürlich schon fragen, wenn man sagt, also sie hat ja viele Zeichen der Zeit erkannt, hat sie offenbar nicht alles erkannt. Ja, genau. Also die Verbindung zur auch gewalttätigen Szene ist durchaus nicht von anzuweisen. Ja. Also wir wissen jetzt natürlich nicht, welche Gruppen das im Einzelnen sind. Ich habe das nie richtig recherchiert. Das könnte man vielleicht mal tun. Vielleicht gar nicht so uninteressant für den einen oder anderen, der jetzt zusieht und mit Rechercheaufgaben betraut ist. Das kann man ja mal machen. Aber ich ja, das ist schon frappierend und auffallend. Ja, und dass es nicht die Antifa gibt, ja, als eingetragenen Verein, das wissen wir logischerweise auch. Aber wenn sich schon jemand selber als Antifa bezeichnet, so kenne ich das aus dem politischen Alltag, vom politischen Gegner, dann sind da schon Leute, die auch kein Problem mit Gewalt haben. Es gibt ja natürlich auch so ein paar, nennen wir es mal, weichgespültere Antifa-Leute, die dann wirklich nur diskutieren wollen. Aber ich sage mal, ich kenne das so aus meiner, oder auch aus meiner Stumm- und Drangzeit, wenn es hieß Antifa auf der Gegendemo, dann flogen immer Steine und Flaschen. Das war dann fast immer gleichbedeutend mit schwarzer Block. Ja, ja. Ich meine, sie ist ja auch nicht, sie ist nicht dumm. Sie ist nicht erst seit gestern dabei. Und jeder muss wissen, dass es ein Unterschied ist, ob ich davon spreche, antifaschistische Initiativen zu unterstützen, was jetzt wirklich alles Mögliche sein kann. von Antifa bis, ich sage mal, jetzt in Anführungszeichen, bürgerlich antifaschistische Gruppen. Aber wenn ich explizit Antifa schreibe, dass ich die Antifa unterstütze, dann ist das einfach was anderes. Ja. Ich lese ja gerade mit einem Auge die Kommentare. Da schreibt Sandra Leis, das glaube ich im Leben nicht, dass Wagenknecht die Antifa-Gruppen unterstützt, von denen ihr sprecht, die wird von denen gehasst, wegen ihrer Ansichten zur Migration. Da kommen wir aber auch noch drauf zu sprechen. Ja. diesen Wandel. Ich habe noch was Interessantes rausgesucht. Und zwar hatte Sarah Wagenknecht, die war auf einer Demo mit Ali Schwarzer. Und da hat die jemanden oder ein Grußwort vorgelesen. Ich weiß nicht, Frank, ob du das jetzt hören kannst, weil ich habe das irgendwie so mitbekommen, dass meine Gäste, wenn ich hier was abspiele, dass die den Ton nicht hören. Also die anderen, die Zuschauer, die kriegen es mit. Ja. Vielleicht hörst du es, wenn nicht, sage ich dir gleich, worum es geht. Alles klar. Bevor unsere Kundgebung mit den Reden beginnt, möchte ich eine wichtige internationale Stimme gegen den Krieg ankündigen. Jeffrey Sachs hat unserer Kundgebung ein persönliches Video, eine Grußbotschaft angefertigt. Und Jeffrey Sachs, vielen von euch, wird er sicherlich ein Begriff sein. Er hat sich oft zu diesem Krieg geäußert. Er hat immer wieder für Verhandlungen und für Frieden plädiert. Jeffrey Sachs ist als Experte für Weltwirtschaft seit vielen Jahren Berater für verschiedene internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und die Welthandelsorganisation. Er hat in der Vergangenheit sowohl den UN-Generalsekretär als auch die russische und die ukrainische Regierung beraten. Und heute ist er Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung der Columbia in der Universität in New York und Präsident des UN-Netzwerks Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung. Ich finde es großartig, dass Jeffrey Sachs für uns, für unsere Kundgebung extra ein Grußwort aufgenommen hat. Ihr hört es gleich und seht es gleich auf dieser Wall da drüben mit Untertiteln auf Deutsch. Ich hoffe, es ist gut hörbar und gut lesbar. Vielen Dank. Konntest du das hören? Nein. Ach so. Also, sie ist auf einer Friedensdemo und freut sich außerordentlich, dass eine internationale Stimme eine Grußbotschaft da gelassen hat, die da abgespielt wurde und dabei handelt es sich um Jeffrey Sachs. Und dann habe ich mal rausgesucht, was das denn so für jemand ist und siehe da, Jeffrey Sachs ist beim World Economic Forum. Ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt, also er hat wohl ein paar kritische Artikel geschrieben zum Ukraine-Konflikt, also die relativ objektiv waren, also er hat auch da eine Mitschuld des Westens gesehen, der schon 2014 auf dem Maidan rumgezündelt hat. Aber ich denke mal, World Economic Forum ist den meisten bekannt, auch die, ja, die Bestrebungen, sage ich mal, für eine Weltregierung, eine Global Governance, da hatten wir die letzten drei Jahre, kam ja das World Economic Forum mehr in den Fokus mit Klaus Schwab und die Agenda ist eigentlich ganz klar. Fand ich auch ganz interessant, da wollte ich mir mal ein paar Twitter-Sachen angucken, was der denn so gepostet hat. Da steht dann hier, dieser Account existiert nicht. Dann habe ich den mal gesucht. Ah, da ist er noch. Und, äh, ach, jetzt zeigt er an. Ich hatte vorhin, waren überhaupt gar keine Inhalte drin. Da dachte ich schon, hier, was ist denn los? Hat er irgendwas zu verbergen? Aber jetzt hat er hier tatsächlich so ein paar Sachen. Schade, hätte ich mir vorher gerne mal angeschaut, was der denn da so geschrieben hat. Aber gut, mir ging es erstmal in erster Linie um eben diese Verbindung zum Weltwirtschaftsforum. Und ich sag mal, wenn man wirklich regimkritisch ist, dann muss man ja eigentlich auch dieses Forum kritisieren. Und nicht noch Leute daraus als Vorzeigeleute vorhalten und sagen, hier, Mensch, super Typ, der hier für uns eine Grußbotschaft verfasst. Das fand ich schon sehr seltsam. Das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Das stimmt. Ja. Und genau, jetzt kommen wir mal zu der Dame Amira Mohammed Ali. denn die hat ja Aufmerksamkeit erregt in einem Gespräch. Ich versuche es auch mal hier abzuspielen von der Westen, vom 11.11. Karneval war viel los in der Welt. Ich bin generell gegen Abschiebungen, Asyl, Zwiespalt in Wagenknechts neuer Partei. Es ist halt die Dame eine Halbägypterin, also habe ich gelesen, Vater Ägypter meine ich gewesen und Mutter Deutsche. Jetzt gucke ich mal gerade. Das ist hier das immer, wenn man alles auf einem Bildschirm hat, irgendwo. Genau hier war das. Jetzt weiß ich auch nicht, Frank, ob du das hören kannst. Die Zuschauer werden es auf jeden Fall hören können. Ich lasse es mal laufen. Kannst du dir im Nachgang alles anhören. Gibt es beim Thema Abschiebungen generell gegen Abschiebungen? Ich bin generell gegen Abschiebungen, ja. Egal wohin. Egal wer. Ja, also da sind wir natürlich bei der grundsätzlichen Frage. Also ich bin generell gegen die Abschiebepraxis, wie es bisher ist. Es gibt keine Abschiebung nach Afghanistan, keine Abschiebung nach Syrien, gar nicht. Also jeder Mensch, der geflohen ist, aus der Not geflohen ist, der muss hier bleiben können. Und der muss hier auch eine Perspektive haben können. Also wenn ich mir vorstelle, dass man sozusagen hier ist und man muss befürchten, egal wie lange ich auch hier war, ich bin jetzt ein Jahr hier, ich bin jetzt zehn Jahre hier. In dem Moment, wo bei mir dann zu Hause, oder zu Hause, da wo ich hier komme, das ist vielleicht zu Hause mittlerweile auch hier, da hört jetzt die Bedrohungssituation aus und dann muss ich wieder zurück. Ist doch fürchterlich. Ich meine, wie will man dann hier ankommen? Das geht ja nicht. Also sie sagt, egal ob Syrien, Afghanistan, Abschiebungen gehen gar nicht und das Beste ist, wo hier gesagt, ganz am Ende sagt sie noch, ja und wenn dann der Krieg zu Ende ist und die Leute müssen dann zurück, das geht nicht, das ist fürchterlich. Also die Frage ist, wer soll das dann alles aufbauen? Aber, ich meine, das habe ich jetzt schon mehrmals gehört, dieses Zitat. Das ist vom, warte mal, steht hier irgendwas? Also das Gespräch ist schon, was älter. Ich meine, das war 2021, 2019 war es, 2019. Und jetzt gibt es eine wunderbare Wandlung. Tada, Wagenknecht, Frontfrau ändert ihre Asylmeinung um 180 Grad. Deutschland hat sich stark verändert. Ja, jetzt hat die gute Frau, also angeblich doch dazugelernt und möchte jetzt doch, keine Ahnung, was möchte sie? Remigration, deutsche Intifada. So, mal gerade mal gucken. Genau, das ist das, was wir hatten. Jedoch ist, auch so, schon von 2019. Ja, was interessiert mich, mein Geschwäst von gestern. Deutschland, Europa und die Welt haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Ich finde, als Politikerin muss man Äußerungen und Positionen immer regelmäßig für sich reflektieren und auch mutig sein, neue Wege zu gehen, wenn das notwendig ist. Starrsinn und Realitätsverweigerung, wie wir sie in großen Teilen der Bundesregierung kennen, bringen Deutschland nicht weiter, auch nicht in der Migrationsfrage. Mensch, das sind ja ganz neue Töne. Die könnte ja Mitglied bei die Heimat werden, oder? Ja, nicht so schnell, mein Freund, nicht so schnell. Aber ja, man hat wirklich den Eindruck, hier wird Politik und hier werden Parteien so wie in einer Retorte geboren. Man guckt sich an, wie die Stimmungslage im Volk ist und was gut ankommen könnte und dann wird eine Partei zusammengezimmert, die das möglichst gut abbildet. Parteiencasting. Ja, ja, ganz genau. Und das hat ja, ich habe in so einem ähnlichen Artikel vor ein paar Tagen irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, da ging es auch so ein bisschen um dieses Thema, dass jetzt so eine Partei wohl sich hier etablieren soll, die alles, die alle Missstimmungen irgendwie auffangen soll. Und das ist ja auch die Einschätzung der entsprechenden Redakteure, dass in der innenpolitischen Frage, also in der Migrationsfrage die Wagenknecht-Partei eher so in Richtung AfD tendieren soll und in der sozialpolitischen Frage eher so in Richtung Linke und damit versuchen will, alles so abzugreifen. Gysi hat ja in einem Interview dazu gesagt, das kann man natürlich machen, also die sind ja jetzt nicht mehr ganz so dicke, Gysi und Wagenknecht. Er hat gesagt, das kann man natürlich so machen, das Problem ist aber und da hat er natürlich vollkommen recht, Gysi ist ja auch außerordentlich intelligent und ein politischer Fuchs hat natürlich auch gesagt, wenn man versucht auf der Hochzeit von mehreren zu tanzen, dann hat natürlich jeder von denen auch Grund aus irgendwelchen politischen Fragen denjenigen abzulehnen. Jede dieser Gruppen findet ja auch ausreichend, um sie nicht zu wählen, sodass am Ende eben nichts Wahlentscheidendes mehr übrig bleibt. Das kann natürlich auch problematisch werden. Ja, da habe ich mir auch noch was gefunden, das können wir mal gerade einblenden und zwar Wagenknechtbündnis, das ist der Kernunterschied zur AfD und darin könnte es scheitern. So, ich gehe mal hier gerade hier, besetzt freies Feld in Parteienlandschaft. Also wirtschaftspolitisch links, gesellschaftspolitisch rechts. da haben wir wieder die Geschichte, wo auch jetzt Mohammed Ali, die Dame, zurückrudert. Ja, also plötzlich, das sehen wir ja auch bei Scholz, auch ganz interessant, also tausende von vergewaltigten und geständeten deutschen Frauen, spielt gar keine Rolle. also Grenzen kann man nicht schützen und Abschiede, Nein, geht nicht. Ja, und jetzt nach dem importierten Nahostkonflikt, wo sich die Herren Juden ziemlich unwohl fühlen, plötzlich der Kanzlerdarsteller, ich meine sogar auf der Spiegel, Titelseite, Massenabschiebung. Ja, das ist der komplette Wahnsinn. So weit braucht man ja gar nicht zurückgehen. Angeblich können wir unsere Grenzen nicht schließen, wir können nicht davor schützen, dass hier massenhaft Fremde reinkommen. Während der Corona-Pandemie war es aber ganz problemlos möglich, dafür zu sorgen, dass keiner raus kann. Da wurden wir eingesperrt. Das ist dann möglich. Ja, da guckt ihr, wo Kampf denn die Belunge im Ausland stattgefunden hat, da hat man auch unsere Jungs nicht ausreisen lassen. Ja, also wenn ich keinen reinlassen kann, also das funktioniert nicht, aber wie gucke ich denn, dass keiner rauskommt? Es ist halt, es ist halt wie immer, es ist wie immer bei politischen Fragen, es ist, zu Beginn steht halt immer der politische Wille. Will ich etwas oder nicht und wenn ich etwas will, dann finde ich auch Wege, wie ich das umsetzen kann. Natürlich, andere Länder können es doch auch. Ja. Genau, aber man kann ja gerade mal kurz die drei Punkte mal durchgehen, also wirtschaftspolitisch links, gesellschaftspolitisch rechts. Das wäre laut Parteienforscher Dr. Benjamin Höhne das Alleinstellungsmerkmal der Wagenknecht-Partei. In diesem Feld ist derzeit keine Partei, so der Experte. So, dann gucken wir uns mal an, linke Wirtschaftspolitik. Das Wagenknecht-Bündnis fordert staatliche Intervention zugunsten sozialer Gerechtigkeit und positioniert sich damit laut Experte Höhne links. Genauso wie die Linke, die SPD und mit Einschränkung auch die Grünen. Auf der rechten Seite des Spektrums steht die FDP mit wirtschaftsliberalen Positionen. In der Mitte liegen die CDU und CSU. Ja gut, soziale Gerechtigkeit. Sind wir dann wieder bei Umverteilung oder was bedeutet soziale Gerechtigkeit für die? Das ist echt eine gute Frage. Ich habe mit diesem Begriff auch so ein bisschen meine Probleme. Klar, im Wahlkampf ist er natürlich wunderbar einsetzbar. Das klingt erstmal toll. Soziale Gerechtigkeit, aber was bedeutet das im Einzelnen genau? Auch dieses ganze Bürgergeld, also früher Hartz IV, jetzt Bürgergeld Thema, das ist ja alles auch unter Rechten stark umstritten. Ich bin der Meinung, dass wir uns in unserem Sozialstaat auf eine Art und Weise entwickelt haben, wo es meiner Ansicht nach sogar systematisch darum geht, die Deutschen zur Verantwortungslosigkeit zu erziehen. Ich bin ein starker Verfechter des Leistungsprinzips und ich bin, ich sage es jetzt mal ganz plump raus, der Meinung, wer willentlich nichts in die Solidargemeinschaft einbringt, der hat auch daraus nichts verdient. Der Sozialstaat sollte meiner Ansicht nach auf das beschränkt werden, wozu er gedacht war, nämlich, dass man denen unter die Arme greift, die unverschuldet in Not geraten sind. Da gibt es für mich gar keine Frage, das bedeutet Gemeinschaft, das bedeutet Solidarität, dass man denen hilft, die es dringend brauchen. Aber nicht, dass wir einen Teil, und das ist ja inzwischen ein großer Teil unseres Volkes, einfach irgendwie abschiebt in diese Bürgergeldabhängigkeit und das ist, ich sage mal, jetzt für einen Großteil dieser Leute tatsächlich ausreichend viel, dass sie sich keine Gedanken machen, wie sie da wieder rauskommen. Und das, glaube ich, hat man, das hat man systematisch so betrieben. Und das, das würde ich auf jeden Fall rückabwickeln. Mir ist natürlich bewusst, dass es viele Hartz-IV- oder jetzt Bürgergeldempfänger gibt, die das nicht wollen, die auch gerne arbeiten wollen, das ist mir alles bekannt, den will ich jetzt hier auch gar nicht irgendwie in die Parade fahren oder die blöd anranzen. Mir ist auch bewusst, dass wir vor enormen Herausforderungen stehen, was Automatisierung und Digitalisierung angeht. Es wird in den nächsten Jahren tatsächlich einen enormen Abbau von Arbeitsplätzen geben, wo sich der Staat Gedanken machen muss, was machen wir mit den Leuten, für die Arbeitsplätze womöglich tatsächlich nicht mehr da sind. Es kann halt nicht jeder IT-Experte werden, das ist einfach so, es kann nicht jeder irgendwelche KIs programmieren, sondern es gibt halt einfach noch, ich sage mal, Leute wie mich, die in normale Familien geboren werden und die nicht, ja, Ingenieur werden oder sonst irgendwas. Das ist schon eine Herausforderung für einen Staat. Genau. Aber, aber, nochmal kurz zum Abschluss, ich glaube schon, dass der Staat hier in den letzten Jahren falsche Anreize geschaffen hat. Vor allem, wie du schon sagst, es werden immer weniger Arbeitsplätze benötigt, es kommen aber immer mehr Menschen hier hin und jetzt möchte man ja sogar auch, dass sogenannte Migranten oder Asylsuchende auch auf dem Arbeitsmarkt strömen dürfen. Ja, was passiert denn? Die Löhne werden weiter sinken. Ja, und das heißt eben nicht soziale Gerechtigkeit. Das heißt, die Wagenknecht-Partei, wenn es hier wirklich um soziale Gerechtigkeit geht, die machbar ist, da würde man erstmal dafür sorgen, dass die Leute, die hier nichts zu suchen haben und kein Anrecht auf irgendwelche Ansprüche haben, sondern diese Ansprüche sollen sie ihren Heimatländern gegenüber stellen, nicht uns, wir sind für diese Menschen nicht verantwortlich, dafür zu sorgen, dass die Leute halt eben nach Hause gehen. Genau. Soziale Gerechtigkeit kann, um das mal ganz weit runterzubrechen, soziale Gerechtigkeit, also um dieses Schlagwort mal zu bemühen, kann im Grunde immer nur in einem geschlossenen System funktionieren. Wenn du das öffnest und du hast von heute auf morgen oder von heute auf nächste Woche mehr Leistungsbezieher als diejenigen, die dafür arbeiten und einzahlen, ist doch, da brauchst du kein Abitur, du brauchst keine besondere Bildung, um zu verstehen, dass das auf Dauer nicht funktionieren kann. Das geht einfach nicht. Gregor Gysi hatte damals mal, das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, so ein Wahlplakat, da stand er drauf und die Parole hieß Wohlstand für alle. Da habe ich auch gesagt, nein, nicht Wohlstand für alle, Wohlstand für die Tüchtigen. Warum soll der, wie du schon sagst, also da gehen wir ja konform. Ich sage ja nicht, der Sozialstaat muss man abschaffen, sondern man muss ihn so weit runter eindampfen, dass die Ursprungsidee Hilfe zur Selbsthilfe wieder zum Tragen kommt. Und soziale Hängematte, da würde ich erst mal die Leine an beiden Seiten abschneiden. Ja. Wir müssen uns erst mal Gedanken machen, wie schaffen wir es, dass alle möglichst sinnvoll in eine Erwerbstätigkeit kommen. Und erst danach, das ist die dritte, vierte oder fünfte Frage, muss man sich überlegen, was machen wir in den Fällen, in denen eine sinnvolle Erwerbstätigkeit nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer. Dort kann man dann sagen, alles klar, der Sozialstaat kann hier einspringen, aber das darf halt nicht die erste Frage sein. Weil wenn ich das voranstelle, dann gehen die anderen Fragen eben unter. Und nicht bedingungslos. Jeder kann Flaschen sammeln, jeder kann im Park Blätter sammeln gehen. Also das ist, deswegen muss man ja auch den Wert der Arbeit wieder anheben. Das kann ja nicht sein, selbst die Frau, die oder die Mutter, die alleinerziehend ist und vielleicht noch ein paar Stunden beim Pennymarkt an der Kasse sitzt, das ist Arbeit. Und dafür muss sie Geld bekommen. So viel Geld, dass sie davon leben kann. Genau das wollte ich nämlich gerade sagen, dass Arbeit oder das Erwerbstätigkeit nicht nur eine Frage von finanziellen Möglichkeiten ist, dass du Geld verdienst, sondern arbeiten zu können, hat auch etwas, hat auch etwas mit Eigenwert zu tun. Ja, das ist etwas, was ich ja auch für mich tue. Ich will ja auch irgendwie nützlich sein. Ich will ja etwas schaffen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich etwas Großes immer schaffen muss, aber ich will ja auch, ich sage mal, tüchtig sein. Arbeit adelt. Hoffe ich zumindest, ja. Ja genau, Arbeit adelt. Und wenn du den Menschen dazu erziehst, ihm das zu nehmen, und das ist meine Kritik am jetzigen System, was in weiten Teilen passiert, dann veröden diese Menschen, die veröden regelrecht und die versumpfen bei sich zu Hause in ihren Buden, die wissen nichts mit sich anzufangen und die kriegst du dann auch nicht mehr in richtig funktionierendes, geregeltes Arbeitsleben rein. Das funktioniert einfach nicht. Und so weit darf man es eben nicht kommen lassen. Ja, genau. Das wird dann in totaler Dekadenz enden. Genau. Aber gucken wir uns mal gerade an, die rechte Gesellschaftspolitik. Wie geplant, die geplante Wagenknecht-Partei verfolgt hier laut Parteiforschern Höhne stramm konservative Positionen wie eine rigide Migrationspolitik und positioniert sich damit weit rechts ähnlich wie die AfD. Am anderen Ende des Spektrums stünden linke Positionen wie die Forderung nach Diversität und Migrationsoffenheit sowie Linke, Grüne und SPD sie vertreten. Naja gut, ich hatte eben schon auf Twitter, naja, das habe ich jetzt zugemacht, da gibt es dann irgendwie die Linke quer, nennt sich der, das Profil. Da sieht man nämlich die Dame Mohammed Ali mit einer Regenbogenfahne. Ja, also, und, hoppla, nein, das will ich nicht, wollte das ausschalten. Und, ähm, auf der Netzseite, oder nee, das war, äh, ähm, bei, äh, Abgeordnetenwatch, da konnte man denen ja auch Fragen stellen. Und da sagte auch dann eben Mohammed Ali, im Grunde genommen soll jeder leben, wie er will. Ne, also so ziemlich schwammig, äh, ausgewichen. Und, ich sag nicht, also, zu Hause privat soll jeder leben, wie er möchte, aber es darf nur ein einziges Familienbild propagiert werden und das ist die klassische Familie, wo du sonst nämlich kein, keine Zukunft hast ohne, ohne Kinder. Und wenn man nicht mehr weiß, ob man Mann oder eine Frau oder Transgender Fluid mit Untersternchen X ist, dann, äh, ist dieser auch überhaupt nicht in der Lage, sowas wie eine Familie zu gründen und dann gibt's keine Nachkommen und dann stirbt ein Volk. Ja, ja. Ich denke, ich denke auch, also ich bin ja, ich werde ja oft als zu liberal angesehen, ich sehe das aber ähnlich, ich sage, dort, wo der Staat eine Verantwortlichkeit hat, wo er dafür sorgen muss, dass der Staat funktioniert, wo er dafür sorgen muss, dass, äh, die Zukunft des Volkes, dass er vertritt, gesichert wird, da muss er Regeln und Leitplanken setzen. Ja. und sich aber weitestgehend aus dem Privatleben der Menschen raushalten. Na, das ist, das sehe ich einfach so. Ich, ich, ich frage mich halt immer für mich persönlich auch, wenn ich in solche Diskussionen gehe, was, was wünsche ich mir für mich selbst und, äh, diesen, ähm, Drang, alles zu regeln bis ins Privatleben hinein, den einige haben, ich weiß nicht, ob die sich da nicht fragen, wie es ihnen persönlich gehen würde, das würde ich nicht wollen. Ne, das sehe ich da auch genauso, das sehe ich aber nicht als liberal, das sehe ich als vollkommen natürlich an. Ja, ja, ich sage, ich sage ja nur, wie manche das dann sehen oder einordnen, aber es gibt eben bestimmte Bereiche, die, die der Staat regeln muss, weil es dem Volk und dem Staat sonst zum, zum Nachteil gereicht und wenn man sich, äh, bei Fragen nicht vehement einsetzt, die dazu führen, dass die Autorität, Autorität des Staates abnimmt und die Zukunftsperspektive des Volkes schlechter wird, dann ist es eben ein schlechter Staat und dann muss Abhilfe geschaffen werden. Genau, wie so ein Rabenvater, ne, also eine Familie, der sich nicht um die Familie kümmert oder Verwahrlosen lässt. Genau, 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 genau. Dann habe ich noch einen Punkt, da kann aber der Zuschauer gerne mal selber weiter recherchieren und zwar habe ich mal versucht, Geldgeber von Sarah Wagenknecht zu finden und da habe ich eine Seite gefunden, das war hier die Neue Züricher Zeitung, Sarah Wagenknecht's Schweiz Connection, so reagieren die linken, linken Politiker und ihre Schweizer Geldgeber auf die Kritik an ihren Nebeneinkünften. in den vergangenen zwei, ja? Ich muss jetzt gerade lachen wegen Schweiz Connection, weil du bist ja auch schon ewig dabei, es gab ja bei den Rechten mal, ich weiß, das ist jetzt schon etliche Jahre wieder weg, es gab ja mal so diesen Vorwurf der Israel Connection, damals für FPÖ-Zeiten und so. Ah, das stimmt. Kam mir nur gerade in den Sinn. Ja, auf jeden Fall bekommt sie fast ausschließlich aus der Schweiz ihre Honorare und da habe ich mal geschaut, was sind denn das für Gruppen? Also einmal Effizienzly Club Zürich, also ein Club für Effizienz, Schweizer Monat, Swiss Rock Asset Management, das klingt so wie Blackrock, also wahrscheinlich ein Wirtschaftsfinanzunternehmen, Schweizerisches Institut für Auslandsforschung und Unternehmertag. Genau, da habe ich mal geguckt, dieser Effizienzly Club Wirtschaft. Alles sehr wirtschaftsnah, ne? Genau, genau. Für eine Sozialistin bemerkenswert, auf jeden Fall. Oh, und da kommt hier sogar der Sternekoch und Caterer Karim Schumann, verwöhnt sie mit Köstlichkeiten aus der internationalen Cuisine, sei es für Frühstücksmeeting. Ja, Mensch, nimm dir doch mal ein Beispiel hier, da komme ich vielleicht auch mal auf den Parteitag von euch. Das klingt nicht nach Erbsensuppe und sozialistischem... Fotoarchiv, ach guck mal, wen haben wir denn da? Die sieht aber gemacht aus in der Mitte. Benissage zu Ehren von Amanda Lea, Viktoria Knox, Saal im ersten Stock. Wen haben wir da? Symposium, Let's Talk. Weiß nicht, bringt das was, sich da mal die Leute anzuschauen? Ach, da ist doch hier der... Ne, doch, Sir Kurz, ne, Markus Lanz, Sebastian Kurz und Markus Lanz sind da. Mhm. Mhm. Wen haben wir hier? Kiki, Aeda und Markus Lanz. Also Markus Lanz scheint da ja sehr präsent zu sein. Ja, der Lanz ist, ja, ich sag, wie soll ich das zurückhalten, formulieren, schon ein Liebling, scheint ein Liebling zu sein von Leuten, die Einfluss und Geld haben. Oh, aber 1936 gegründet, das klingt wieder sehr, sehr verdächtig. Aber in der Schweiz, Ja, 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 gut, weiß ja, die waren noch überall, die Jungs. Naja, gut, jedenfalls das, dann haben wir hier Swiss Rock, sowieso, ähm, Fonds, Leitungsgesellschaft für Anlagefonds in der, nach Schweizer Recht. Schweizer Recht klingt für mich immer nach, äh, Steuersparen. He, 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 naja, das ist, da kannst du, das ist egal, ob du konservativ oder Sozialist bist, wenn du mal zu Vermögen kommst, dann willst du natürlich, dass das Vermögen bleibt, ne? Ja, genau. Das verändert dich. Und deine Ideale. Ja gut, Geld regiert die Welt, das ist halt so, ne? Das, äh, muss man ja nun mal, äh, faktisch so sehen, wenn jetzt zu mir einer sagt, hier, hör mal, Frank, äh, du kannst jetzt Vollzeit-YouTuber und, äh, Medienschaffender werden, hätte ich ja auch, gut, ich würde erst mal fragen, ja, was willst du denn als Gegenleistung, ja? Wenn der natürlich dann sagt, ja, mach mal so ein paar Inhalte, äh, die ich gut finde, ja, ich meine, solange ich die auch gut finde, ist das ja in Ordnung, aber wenn es auf einmal Richtung, äh, gekauft geht, oder ich muss auf einmal Dinge sagen, hinter denen ich nicht stehen kann, dann, äh, nee, dann lieber nicht, ne? Ja, das Problem ist ja bei solchen Geschichten, du kommst ja nur langsam, schleichend und, ohne, dass dir das am Anfang bewusst ist, in so einer Abhängigkeit, ne? Wenn du dich erst mal, oder ich sag mal, wenn du erst mal dich von deinem, ähm, von, von deinem eigentlichen Fundament gelöst hast und dich auf so eine Geschichte einlässt und derjenige, der dich am Wickel hat, das genau weiß, der kann jetzt eigentlich nicht mehr zurück, dann geht es ja im Grunde erst los, äh, wo du dann Dinge verbreiten und vermarkten sollst, mit denen du dich eigentlich gar nicht anfreunden kannst. So, und dann ist halt die Frage, machst du dann noch einen Rückzieher oder hast du dich dann bereits so weit abhängig gemacht, dass du sagst, komm, ich kann nicht anders, ne? Alle Ideale über Bord, ne? Genau. Einmal Blut geleckt und dann, ja. Ja. Naja, so, aber wir hatten ja schon die Frage, oder du hast es angesprochen, Gregor Gysi, was sagt denn der Gregor dazu? Ja, der ist, um das mal etwas flapsig zu sagen, ziemlich angepieselt, ne? Ja, ich hab dir einfach mal bei der, bei Spiegel, ähm, haben wir mal die, die Suche gemacht, äh, also hier, Wagenknechts Projekt wird scheitern, mit einem so unehrenhaften Diebstahl zu Beginn, find ich völlig daneben, also Gysi über Wagenknecht, und Gysi attackiert Wagenknechts Vorgehen als feige und unmoralisch. Genau. Ja, das hab ich auch gelesen, ja. Ich hab hier noch einen älteren Artikel vom, wo ist das, ZDF, hab ich ja offen, da ist auch ein, ähm, eine Missgunstäußerung nach der nächsten, wird hier rausgehauen. Vom Gregor. Achso, von Gregor, ja. Und hier hab ich auch das, was ich eben erzählt habe, wo er gesagt hat, sie glaubt, sie addiert Wählerinnen und Wähler, aber das funktioniert, wenn überhaupt, nur für kurze Zeit. Das war das, wo ich gesagt hab, sie versucht jetzt aus allen wesentlichen Bereichen, das Positiv für sich herauszuziehen. Ähm, wo dann die Frage ist, ob das am Ende wirklich eine Addition ist, oder ob am Ende das Vorzeichen negativ wird. Mhm. Ja, aber Gregor ist ziemlich angepieselt, ja. Ja, und was meinst du, was sagt der Oskar? Ja, Oskar ist natürlich begeistert, ne. Oskar hat sich ja auch von der Linkspartei weitestgehend abgenabelt. Da gab's ja in den letzten Jahren auch immer wieder mehr oder weniger, äh, Differenzen. Er ist sowieso ein eher komplizierter Typ, ne. Das war ja schon bei der Abtrennung oder bei der Abnabelung von der SPD zu sehen. Wobei ich ihm hier nicht die alleinige Schuld geben würde. Ähm, aber das war auch im Saarland, das ist, er ist halt auch so ein, so ein, wie nennt man das, so eine Rampensau, ne. Mhm. Ja, er wird hier schon gefragt oder, oder der Westen fragt, das Comeback, steigt Oskar Lafontaine wieder in den Ring? Mhm. Also die beiden sind ja liiert, ich glaub, das ist jedem klar. Ja, die wohnen ja auch beide nur um die 20 Kilometer von mir zu Hause weg. Oh. So hat er quasi fast Nachbarn. Ja, man, man zieht sich auch öfter mal, ne, das lässt sich ja nicht vermeiden. Mhm. Aber nee, ich glaub nicht, dass, äh, Lafontaine dazu noch große Lust hat. Da jetzt. Ich wollte grad gucken, er mit über 80, er ist ja schon über 80. Ja. Ja, macht der Joe Biden, der Sleepy Joe. Ja, der kriegt ja auch nichts mehr mit. Nee, das glaub ich nicht, das glaub ich nicht. Er wird natürlich noch so ein bisschen graue, graue Eminent sein. Ja, genau, ich steh's nämlich, Berater für Sarah Wagenknecht, Genau, ja. Aber ins Rampenlicht wird er nicht mehr gehen. Ja, das denk ich, oder hoff ich, na, wie auch immer. Ja, genau. Ja, gut, ich hatte jetzt, wie lange sind wir jetzt dran? Stunde 15. Wir haben ja sicherlich auch eine Menge Fragen. Was hab ich denn hier noch? Ja, ich hab jetzt nur noch hier, kann ich grad mal zeigen, das ist ja dieser Christian Laie von Die Linke, der, ähm, quasi sagte hier, von wegen Antifaschismus, äh, muss, muss ja sein. dann hatte ich noch hier die Seite der Bündnis Sarah Wagenknecht, du hattest mich ja auch noch darauf hingewiesen, auf Twitter, dass ich da ein Satireprofil verlinkt habe und das Witzige ist, ähm, irgendwo hab ich gelesen, ich glaub auf Instagram, dass sich Sarah Wagenknecht, oder war das sogar die, Mohammed Ali, dass es ganz viele Fake-Accounts gibt und sie doch bitte darauf hinweisen, äh, nur diesen über ihre Netzseite zu besuchen. Ja, ja. Ja, das ist, das ist in, das ist auf Twitter jetzt wirklich hart geworden, ne, insbesondere seit diesen, seit dieser Baerbock-Fake-Seite, die ja dann auch durch die Medienwurf hochgepusht wurde. Ja. Da gibt's ja alles Mögliche und das ist ja, also teilweise ist es ja wirklich nicht mehr zu unterscheiden, ne, ich meine, die hauen natürlich hier und da mal was raus, wo du sagst, alles klar, jetzt ist, jetzt ist klar, dass es Fake ist, aber im Alltag, das ist so verrückt geworden, die Zeit und das, was die sich abhalten, dass du das teilweise wirklich nicht siehst, ne, erst auf den zweiten Blick. Ja. Ja, ich hab hier noch zum Abschluss, äh, noch die Bundespressekonferenz zur Gründung und da fand ich ganz interessant, da hat nämlich eine Journalistin, äh, die Sarah Wagenknecht gefragt, wie sie zum Nahostkonflikt steht und, äh, zu der Aussage, dass Israels Existenzrecht deutsche Staatsräson ist. Ich guck mal gerade, ob ich die Stelle finde. In der Hinsicht, ähm, bezüglich der Fraktion Zugehörigkeit im Europaparlament. Ich meine, wenn man es jetzt, ich muss ja aufpassen, wie ich das formuliere, ne, aber wenn man das jetzt so sehen wollte, dass auch das deutsche, das dritte Reich, im Grunde ja in irgendeiner Art und Weise mit, in Anführungszeichen, schuldig an der Gründung Israels ist, äh, dann ist es schon bemerkenswert, dass die Bundesrepublik Deutschland den Schutz des Staates Israels als deutsche Staatsräson ansieht. Das geht ja irgendwie nicht zusammen, ne? Ich meine, ja, die Nationalsozialisten wollten ja die Gründung des Staates Israels mit vorantreiben, damit sie die Juden eben hier rausschaffen konnten, weil die mussten ja irgendwo hin, die Amis wollten die nicht, ne? Also, ich will jetzt hier keinen Geschichtsunterricht machen, ist ja auch manchmal nicht ganz ungefährlich, aber die sollten ja hier raus, am Anfang halt mit Schiffen und tralala und die hatten das ja mitbetrieben, dass so ein Staat gegründet wird, falls die halt sonst nirgends wo hin können, ne? Und heute sagt die Bundesrepublik, ja, dieser Staat ist deutsche Staatsräson. Ja, aber da würde ich lieber noch ein paar Jahre zurückgehen, nämlich in der Bibel stand ja schon geschrieben, wie die Ägypter die Israelis vertrieben haben. Vielleicht sind die ja schuld, die Ägypter, dass der Staat Israel erst gegründet wurde, denn sonst hätten sie ja nie auf die Reise gehen müssen. Ja, ja, ja. Genau, du hast das gerade nicht gehört. Ich starte mal gerade die Bundespressekonferenz und gucke mal, ob ich gerade die Stelle finde. ...wachsen über zum Beispiel Schnellverbindungen mit Zügen, über Menschen ja davon auch abwenden in vielen Ländern, wo dann rechte Parteien stärker werden. Vielen Dank. Ah, jetzt kommt die Frage. Dann bleibe ich vorne, wechsle auf die andere Seite und bin bei der Kollegin, genau. Andrea Maurer von ZDF. ZDF. Frau Wagenknecht, mich würde interessieren, ob Sie planen, in allen drei ostdeutschen Bundesländern anzutreten im nächsten... ...wo ist aber endgültig ein Schockgefängnis seit vier Jahren. Ich habe mir den kompletten... Ich sehe, dass selbst auch der amerikanische Präsident Joe Biden ja auch sich entsprechend geäußert hat, dass jetzt eine Bodenoffensive durchaus zu Eskalation führen kann, die auch sehr, sehr stark die Zivilbevölkerung... Diese brutalen Angriffe, diese Erwartungshaltung wird mir auch sehr stark gespiegelt, wenn ich so meine Mails sehe, die ich bekomme. Landesverbände bis dahin auch... ...position interessieren, also Ihre Position zum Nahostkonflikt und zur Position der Bundesregierung, dass Israels Sicherheit, deutsche Staatsräson ist. Also wir streben an, in den drei Bundesländern zu kandidieren, aber ob wir es wirklich in allen dreien schaffen, wird natürlich davon abhängen, wie sind die Landesverbände bis dahin aufgestellt, welche Kandidaten haben wir vor Ort. Also das muss am Ende die Partei, wenn sie gegründet ist und wenn wir sie in der ersten Phase sind, entscheiden. Aber selbstverständlich erwarten die Menschen, das verstehe ich ja auch, dass wir nicht nur zur Europawahl antreten, sondern dass wir gerade da, wo es ja dann auch wirklich darum geht, konkret für sie Politik zu machen, in den einzelnen Bundesländern, dass wir dort auch präsent sind. Also diese Erwartungshaltung wird mir auch sehr stark gespiegelt, wenn ich so meine Mails sehe, die ich bekomme. Also wir sind uns da schon der Verantwortung bewusst, aber endgültig entscheiden können wir das erst, wenn die Partei da ist und wenn wir wissen, wie wir aufgestellt sind. Was den Nahostkonflikt angeht, also zum einen selbstverständlich hat Israel das Recht, gegen diese brutalen Angriffe der Hamas sich zu verteidigen. Das ist, ich glaube, dass kein irgendwie vernunftgegabter Mensch kann das anders sehen. Zugleich muss man natürlich sagen, auch der Nahostkonflikt, ich habe es am Anfang schon gesagt, ist ein Konflikt, den man militärisch nicht wird lösen können. Und auch dieser Konflikt hat natürlich eine Vorgeschichte. Gaza ist ein Freiluftgefängnis seit vielen Jahren. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass auch die Interessen der Palästinenser angemessen berücksichtigt werden, wenn in der Region Frieden einkehren soll. Und ich mache mir schon Sorgen, dass jetzt dieser Konflikt immer stärker eskaliert. Ich hoffe, dass da doch vielleicht eher das bedachtsamere Handeln Oberhand gewinnt. Ich meine, ich sehe, dass selbst auch der amerikanische Präsident Joe Biden ja auch sich entsprechend geäußert hat, dass jetzt eine Bodenoffensive durchaus zu Eskalation führen kann, die auch sehr, sehr stark die Zivilbevölkerung dort belasten. Und ich hoffe, dass es einen anderen Weg gibt. Aber letztlich ist auch der Nahostkonflikt eben wieder ein Beispiel dafür, dass mehr Waffen und militärische Aktionen eben die meisten Konflikte nicht befrieden, sondern im Gegenteil, weil die Gefahr besteht, dass sehr, sehr viele Menschen sterben und dass am Ende der ganze Nahe Osten ein Pulverfass werden könnte. Ich bleibe auf dieser Sache. Ja, da stoppe ich jetzt mal. Also den Zuschauern, die es hören könnten, ist wahrscheinlich aufgefallen, dass Frau Wagenknecht nichts zum Existenz oder zur Staatsräson gesagt hat, dass das Wohl Israels eben deutschstaatsräson sein sollte. Fand ich ganz interessant. Vielleicht hat sie es einfach nur jetzt vergessen. Aber ansonsten halt eine sehr differenzierte Sichtweise, sagt sie auch, dass man halt eben nicht Waffen liefern sollte, sondern eben Diplomatie. Ich glaube, hat sie jetzt da in dem Abschnitt jetzt nicht gesagt, aber das ist ihre Position. Aber ich fand das so interessant, dass sie da so dieses Bekenntnis zu Israel einfach übergangen hat. Ja. Ja, ganz klar eine von uns. Ja, natürlich. Unser U-Boot, das ist die Wahrheit. Ja, genau. Und das ist es nämlich. So, da mache ich jetzt mal dem Browser zu. Ja, ich sage mal, ich habe jetzt so meine Punkte hier durch. Genau, wir hatten Gysi und Lafontaine. Dann kann ich das auch schließen. Dann würde ich sagen, oder hast du noch Fragen gesehen im Chat? Da würde ich mich jetzt mal mit befassen. Es gab ein, zwei Fragen jetzt hier am Ende, deren Beantwortung aber wahrscheinlich jetzt zu weit führen. würde, wo ich nicht weiß, ob ich das kurz machen kann. Ne, ansonsten, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so stark auf den Chat geachtet. Ich überfliege gerade mal. Ja, gut, alle sagen halt, oder die Ersten, das ist halt eine Kommunistin, eine Rote. Fand ich auch ganz witzig. Bei Twitter hat noch einer geschrieben, der Unterschied zwischen BSW und Linke ist, die eine ist mit, die andere ist ohne Wagenknecht. Wagenknecht. Ja, sie wird natürlich, ich meine, also man muss ja jedem Menschen doch auch immer so eine Art Entwicklung zugestehen, dass man reflektiert und erkennt, dass vielleicht bestimmte Dinge sich anders entwickeln, als man das aufgrund seiner Ideologie oder Weltanschauung prognostiziert hat. Das muss man auch Wagenknecht, das muss man jedem zugestehen. Trotzdem lässt sich natürlich nicht wegdrücken, dass diese Leute über Jahre und Jahrzehnte in ihren Milieus sozialisiert sind und eine bestimmte Weltsicht haben. Und die wird auch Wagenknecht nicht ablegen, die auch du oder ich nicht ablegen werden. Wir können natürlich hier und da ein paar Ansichten revidieren, anpassen, Nuancen, aber grundsätzlich werden wir ja von unserer Weltanschauung nicht abrücken. Also ich wüsste jetzt nicht, was bei mir passieren soll. Sollte, dass ich meine gesamte Weltanschauung über Bord werfe. Und so ist es bei ihr natürlich auch. Sie wird natürlich auch erkennen, ja, also bei der Migrationsfrage, das läuft einfach komplett aus dem Ruder. Das kaufe ich ihr auch ab. Aber grundsätzlich wird sie die politische Weltanschauung, die sie hat und die sie geprägt hat, mit der sie aufgewachsen ist, die wird sie natürlich nicht ablegen. Und sie wird natürlich versuchen, das Problem, das sie womöglich wirklich erkannt hat, in ihrer politischen Sphäre zu lösen, mit ihren Ansätzen, nach den Maßstäben, die ihre Weltanschauung zulassen. Und das ist ja genau das, worüber wir auch am Anfang gesprochen haben. Es kann sein, dass man ähnliche Probleme erkannt, dass die Ursachen Erforschung aber komplett auseinander geht. Und dann natürlich auch die Lösungsansätze entsprechend unterschiedlich sind. Ja. Ja. Nee, gebe ich dir recht. Und wie gesagt, ich bin ja gerade mal über Fliegen. Ich würde dann, wenn du gestattest, ganz kurz die Gelegenheit nutzen, ich habe noch ein kleines Versprechen einzulösen, nur ein ganz kurzer Gruß, und zwar an den Paten von X, beziehungsweise Twitter, dem ich heute versprochen habe, dass ich ihn nochmal grüße. Damit ist der Gruß raus. Ja. Schön. Wie gesagt, ich gucke jetzt gerade mal, wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, Wahlwerbung oder... Nö, sowas machen wir hier nicht. Ich meine, die Masse der Leute, die jetzt heute hier zuschauen, werden eh brav die Heimat wählen. Das ist mir klar. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Wo war der? Eben habe ich irgendwo hier eine Frage gelesen. Wo war das denn jetzt? Da ist mein Name markiert. Frag mal, was er gegen die Geldwertschöpfung aus dem Nichts unternehmen würde. Na, die Frage ist ja im Grunde mit der Frage schon... Die Antwort ist ja im Grunde mit der Frage schon beantwortet. Nämlich all das unterbinden, was keine echte Wertschöpfung nach sich zieht. Es ist ja heute vielfach so, dass das Geld, also in Anführungszeichen Geld, man muss jetzt natürlich nochmal drüber sprechen, was ist eigentlich Geld, an Geld geschaffen wird, gar keinen echten Gegenwert hat. Das ist irgendwie eine fiktive Zahl, die wir da am Bankautomaten oder an den Aktienbörsen in großen Lettern vor uns sehen, wo aber nicht wirklich ein Wert dahinter steht, wo nicht wirklich Arbeit dahinter steht, wo nicht wirklich Gold dahinter steht oder irgendein anderer Wert, den man anfassen oder brauchbar machen kann. Und das sind ja, das ist ja auch das Problem mit den vielen Blasen, die Schlag auf Schlag auf uns zukommen, wo fiktive Werte sich in Luft auflösen, weil eben nichts dahinter ist. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt einen Kredit nach dem anderen aufnehme und der Bank irgendwelche falschen, gefakten Dinge vorlege und dann auf einmal alles platzt, weil ich meine Raten nicht zahlen kann, weil da einfach nichts dahinter ist. Und so ist das ja hier auch. Also ich würde diese fiktive, fiktive Fake-Wertschöpfung, die würde ich einfach komplett zurückfahren und versuchen, dass das Geld, also unser, ich sag mal, unser Leih, unser Tauschmittel, das in Umlauf ist, auch wirklich einen Gegenwert hat. Entweder an physischen Gegenständen oder eben an, ja, wieder aufpassen, was man sagt, eben an Arbeit, an schöpferischer Kraft, die beispielsweise in einem Volk steckt. Das kann ja durchaus ein Wert sein. Ja, wenn man sagt, also wir haben jetzt hier ein Volk, das ist in der Lage, schöpferisch tätig zu sein, das ist wertschöpfend, dann ist das durchaus ein greifbarer Gegenwert. Aber nicht sagen, ich habe jetzt hier irgendein Finanzprodukt, da wette ich da drauf, dass jemand wettet, der wettet, dass ein anderer wettet, dass da irgendwo was in der Kiste drin ist, die aber leer ist. Das sind ja meistens so diese Geschäfte, die da ablaufen. Das würde ich also stark minimieren. Das Problem bei der Geschichte ist natürlich, dass das global so aufgebläht ist und so, das kannst du, schwierig, das ist schwierig, das nochmal irgendwie in geordnete Bahnen zu lenken. Ja, ich hatte noch KS Germania geschrieben, jetzt schau mal, bei der AfD, da findet man bestimmt WEFler, Weidel ist für NATO-Aufrüstung. Ob da jetzt Wirtschaftsforum-Leute sind, weiß ich nicht. Wird ja mal gesagt, Weidel kommt ja von Goldman und Sachs, gut, aber ich denke, wie gesagt, hast du ja auch schon gesagt, dass man sich durchaus weiterentwickeln kann und es gibt ja auch durchaus Beispiele, wo Leute nicht zur Gegenseite abgewandert sind, sondern von der Gegenseite zu uns gekommen sind. Weil wie gesagt, ich halte jetzt nicht die AfD für die Lösung von allem oder will da jetzt die Lanze brechen. Es kann sein. Und was du sagst mit der Geldschöpfung aus dem Nichts, klar, da gibt es ja auch verschiedenste, verschiedenste Geldtheorien. Da hatte ich ja auch mal in irgendeinem Livestream hatte ich mal dieses Wunder von, äh, wo war das? Das war so in Österreich ein Ort, die haben so eine Regionalwährung, haben die eingeführt und ich meine, das war dieses fließende Geld. Silvio Gesell oder ich werfe das was, wenn ich mich länger mit was nicht wieder befasse, dann bleiben so die Fetzen da. Ja, ja, ich weiß aber, wovon du redest. Das Geld entwertet sich selbst, wenn du es nicht ausgibst. Genau, ja. Das ist ja, das ist ja genau der Punkt. Also es gibt ja so ein paar grundlegende Probleme im Finanzkreislauf und eines davon ist eben, wenn Leute das Geld entweder horten oder es hier Dinge ausgeben, die dann für den Otto-Normal-Verbraucher nicht mehr im Zugriff liegen. Ja, oder wenn eben Geld geschöpft wird, das ist das andere Problem, aufgrund irgendwelcher fiktiven Geschäfte, wo dann irgendwelche Rentner ihre Rentengeschichten versuchen aufzubessern und in irgendwelche Geschäfte investieren, wo es um Dinge geht, die halt gar nicht existieren. Ja, oder wie George Soros, der einfach nur gegen eine Volkswirtschaft gewettet hat und somit seine Millionen gemacht hat. Ja. Würgel, genau. Hier schreibt es jemand in den Chats. Ja, Würgel, ach ja, genau. Das war auch das, was ich im Kopf hatte, ja. Ich hatte Ischgl irgendwie. Das war was anderes. Ja, nee, das ist, glaube ich, dieser Skiort, ne? Genau. Ischgl, Würgel, genau. Ischgl, Würgel. Ja, also ich finde jetzt hier auch keine Fragen in dem Sinne. Ja, Geld, diese ganze Geldfrage ist hochinteressant, ne? Das ist hochinteressant. Aber darauf beruht ja vieles von dem System, in dem wir leben. Davon profitieren die Großen natürlich, ne? Ja. Ach so, hier steht, ne? Ich sehe das große Drama ja auch, wie viele das sehen, nicht unbedingt im Zins, sondern in dem, was dahinter steckt, ne? Ich finde es, ich halte es, ehrlich gesagt, viele Rechte halten das ja für Teufelszeug. Ich halte es für legitim, dass wenn dir jemand etwas leiht, er sagt, also ich will davon halt ein bisschen was haben. Wenn ich dir was zur Verfügung stelle, dann erwarte ich, dass du mir da in irgendeiner Art und Weise Anerkennung zollst. Und das nennt man halt nun mal Zins. Nur wie das aufgebläht ist mit Zinseszinsen und all dem, was dahinter steckt, das ist eine andere Frage, ne? Ja, ich glaube, im Islam gibt es doch immer auch keinen Zins in dem Sinne, sondern eine feste Gebühr, ne? Ja. Die einmal ausgehandelt wird und dann so, das Negativ sieht man ja beim Hauskauf, ne? Du hast dann eine feste, oder erst mal auf 20 Jahre festen Zins, dann wird das nochmal umgelagert und dann, ja. So, ich hatte aber gerade hier noch irgendwas gelesen hier vom kurdischer Kamerad. Ich glaube, das ist ein Freund von dir. Wie schätzen Sie die Causa Ukraine ein? Gleichzeitige Massenmigration und deutsche Kriegswirtschaft wird wohl scheitern. Aktuell wird sich die BRF, weiß ich nicht, ich glaube, du meinst BSW oder wer ist BRF, auf ein Thema fokussieren. Wen meint der kurdische Kamerad mit BRF? Hatten wir nicht im Gespräch? Weiß ich jetzt auch nicht. Ich sehe den, ich sehe den Kommentar jetzt auch gerade nicht. Mal mal schnell gucken, kurdischer Kamerad, wo ist er? Ah, hier habe ich es, ja. Ein Wundreifer Frauen. Naja, stimmt nicht. Ja, Causa Ukraine. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist, das zieht sich jetzt auch schon so lange hin. Es gibt ja unterschiedliche Interessenlagen. Das ist ja wie allem. Wir hatten ja eben auch das Thema Weltwirtschaftsforum und den Krieg zwischen Israel und den Palästinensern. Es lässt sich natürlich immer schön leicht reduzieren auf die Strippenzieher, die da jetzt irgendwas einfädeln. Egal, ob das das Weltwirtschaftsforum ist, ob das dann Sorsch ist oder ob das Bill Gates ist bei der Pandemie oder ähnliches. Man muss natürlich immer sehen, ja klar, diese Leute gibt es. Es gibt auch Blackrock. Es gibt auch vieles anderes, wo Leute, sehr einflussreiche Leute, ihren Einfluss geltend machen, um eigene Interessen durchzusetzen. Aber die Welt insbesondere, die politische, ist halt auch nicht ganz so eindimensional, wie das in einem James-Bond-Film ist, wo jetzt der eine, der eine Strippenzieher irgendwo sitzt und sich alle nach unten hin verteilen und dieses eine Ziel mit umsetzt. Ganz so schlicht ist es nicht. Jetzt zerstörst du mein Weltbild. Ganz so schlicht ist es nicht. Aber es gibt natürlich, und damit bringe ich das vielleicht wieder etwas in Ordnung, es gibt natürlich für all diese Leute ähnliche Interessenlagen. Und sie haben natürlich alle im Grunde das gleiche Opfer, das sie brauchen. Und das sind wir. Das sind die Menschen, die ihnen in Masse nützlich ist. Und das muss, glaube ich, auch begriffen werden von den Leuten. Ja, man spricht immer von den Eliten, also in Mehrzahl. Und das ist ja so. Es gibt ja unterschiedliche Machtinteressen. Und die sind sich ja auch nicht in allen Sachen grün. Egal, ob jetzt Bilderberger oder trilaterale Kommission. Die einen wollen Russland einbinden, die anderen nicht. Genau. Und ja, es wäre natürlich schön so einfach, wenn man einen Bösewicht hat. In dem Fall ist es dann, Goldfinger war es nicht, das war ja der andere. Keine Ahnung, wer bei James, wer war denn bei James Bond nochmal der Böse? Na, der war ich, nicht der Goldfinger, das war der, es gab doch mal so einen mit goldenen Zehen, oder? Ja, genau, der Beißer. Der Beißer, ja, genau, in den Älteren. Aber das war ja auch nur so ein Handlanger. Ein Handlanger, ja. So ein Werbung. Ja, aber das ist mir schon auch immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht immer, es kommt da halt auch immer auf die Krise an. Und in jeder Krise ist es ein anderer Strippenzieher. Und alle diese Strippenzieher für sich genommen, die ziehen natürlich tatsächlich ihre Strippen, natürlich, aber die haben natürlich auch teilweise, wie du richtig sagst, widerstreitende Interessen. Und aber all diese Leute, die ihre Interessen durchsetzen wollen, sind natürlich, profitieren natürlich von Masse. Und die Masse sind immer wir. Egal, ob das jetzt ums Impfen geht oder ob das um Massenmigration geht, das sind immer wir. Das Volk oder die Menschen sind immer die Leidtragenden. Ja. Und das ist im Grunde das, was uns verbindet und das, was die verbindet. Und deswegen ist es, ist die Sichtweise, dass wir sagen, wir da unten gegen die da oben schon treffend, meiner Ansicht nach. Genau. Nicht links gegen rechts, sondern unten gegen oben. Und was halt natürlich die da oben verbindet, ist immer ein Element oder sagen wir mal zwei, Macht und Geld. Ja. Ja, gut. Also ich denke mal, wir haben jetzt über anderthalb Stunden. Also ich habe jetzt auch keine, man möge es mir verzeihen, wenn ich jetzt irgendeine Frage übersehen habe hier in meinem Livestreaming YouTube Studio. Ja. Gut. Frank, hast du noch was zum Abschied, zum Abschluss oder? Nö, eigentlich nicht. Ich könnte jetzt natürlich noch ein Feuerwerk an Phrasen abfeuern. Ja, Welt, die Heimat, nicht BSW. Genau. Nee, das erspare ich uns allen. Ich bedanke mich bei den Zuschauern für die Teilnahme, für die Unterstützung. Natürlich auch meinerseits nochmal, ja, Frank hat zwar schon jetzt deutlich über 7000 Abos, da muss ich noch ein bisschen was zulegen. Ja, abonniert den Frank auf jeden Fall auch. Ich verweise mal, gleich mal setze ich mal deinen Kanal hier in die Liste. Ja, ich wollte auch gerade sagen, abonniert alle schön den Kanal von Frank, also von diesem Frank, also von dem, von dem Frank, der jetzt strömt. Und ja, ja, danke für die Einladung, Frank, hat mir gefallen, gefällt mir immer bei dir, war angenehm und können wir gerne öfter machen. Super, ja, bedanke ich mich auch bei dir, Frank, klingt immer wie so ein Echo, ja, ich werde deinen Kanal noch in die Videobeschreibung setzen und jetzt muss ich gucken, dass ich nicht wieder zu früh den Stream beende, deswegen mache ich mal den Finger so hoch und wenn ich den in 20 Sekunden in dem anderen Fenster sehe, drücke ich auf Stream beenden. In diesem Sinne, nochmal vielen Dank, Frank, und den Zuschauern wünsche ich einen schönen Abend und lasst mal eure Kommentare da. So, und jetzt mache ich den Finger, dass ich weiß, dass ich gleich beenden muss.